so muss es beginnen da regt sich schon wieder der erste auf so haben wir es gern wie lange ist es hier zwei jahre drei jahre also ein jahr auf jeden fall denke ich ja mehr und ich drauf geguckt wann ich das letzte mal gestartet dann nennt sich jemand das ist ein nuddel schweiße da kommt keiner ran sorry zu kurz so langsam wieso sagt der puh weil er ein arschloch weil er eigentlich nur vorne rum rennt so ein miki der wird gleich anfragen dass die partie beendet wird passt halt nicht in die rohseite kalibriert da war der rückwärtsgeg aber echt von oben schade ich hab dich kurz in den arsch gefest schade ach fuck schön gemacht mr president schönes eigenes tor kann man machen ja hat er doch oder ja den hat aber aber volle möhre oh mein gosh hallo ja da kommt auch nicht so prickel ja klar klicken aber das ist coole ja ja glaub mir doch ne das power up power up der rechner mit dem bechner der einrohn bechner die berlin den 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 Aua! Aua! Wer vergewaltigt mich denn hier? Ich. Geil. Ich bin zu klein, oh schaart. Aua, du hättest direkt enttäuscht, dann er merkt keine Dings hier wollen. Der tanzt uns aus. Ja, hier, ich tanze auch gerne. Tante, Samma mit mir. Wir können viel zu gut fliegen. Was mich richtig geile macht. Nie mehr, nie mehr, nie mehr, nein. Oh, shhhh. Schödie, facken. So ein paar mit dir. 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 Oh, Fotzenhobel. Ich glaube, ich muss wieder mein Schuvelettenauto nehmen. Vor von Fotzenhobel. Ey, du bist der Erste. Zwei Paranen. Ab hier. Ja, süß, süß. Und dort beim ersten Spiel hier. Na, auch unser Präsident. Ich dachte, der fährt schon nicht mehr weiter. Hui. 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 Alter Falter. Die Superschüsse, hier liegen einen auch kaum noch. Kann nur sein, dass wir da was verändert haben. Äh, Idiot. Fahr mal halt in die Karre, du Vollassi. Oh, da kommt mal durch. Ich werd narrisch. Na, ich wollt ihn abwürgen. Ich wollt ihn würgen. Idiot. Ui, oberer das. In der Luft. Oh, shitty, fuck. Aua. Äh, fast. Ne, fast. Er geht aber auch an jedem von uns vorbei. Ganz knapp, für mich ganz knapp. Ich bin sicher, wie ich... Okay, du bist doch noch nicht mehr in der Gruppe, wo ich dich eingeladen habe hier. Ich hab das doch aber angenommen. Nein, nein. Oh, sch- oh, halt die nachgerührt. Na klar, bums mich halt. Oder du bummst die Nudel. Bums die Nudel, hier Vorlage. Nudellage. Na ja, gut gespielt. Lustig, lustig, ficki, ficki, bums. Das ist nicht der Beste im Team. Ja, die Punktevergabe, wir haben nicht... Ah doch, du hast zwei Schösser hinbekommen. Ja, jetzt wird ein neues Spiel sucht, wie gesagt. Mit den Leuten kann man jetzt kein neues. Und das ist halt diese Dore. Schade, schade. Wäre schön gewesen nochmal mit denen. Das bringt eigentlich mehr, wenn wir jetzt gleich ins Hauptmeet zurückgehen. Wieso? Ja, weil... Das denn schneller geht. Okay. Ja. Denn jetzt musst du die 30 Sekunden alleine erstmal noch runterlofen lassen. Ach so, okay. Das ist schon alleine. Ätzend. Und dann nehmen wir halt ins Hauptmeet wieder. Hauptmeet. Na ja, kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Noch ein Essen. Hier kann ich nur Double. Valvasar zum Handel einhangen. Profil anzeigen. Klub erstellen ist ja... Ja, ich kann hier nochmal ein Spiel einhören. Ja, 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 doch. Ja, das steht wieder da. So, weil sie zum Spielen eingeladen hat. So, sie haben eine Einladung zum Spiel von Rocket League angenommen. Du kannst keiner Gruppe beitreten, in der du bereits Mitglied bist. Steht bei mir. Okay. Ja, aber die... Die Truppe? Hm. Tim, du sie aus deiner... Ich kotiere Mitglieder für deinen Club, indem du sie aus deiner Party einlädst. Hä? Okay. Was heißt aus deiner Party einladen? Jetzt bist du in der Party, aber mehr geht nicht, oder? Ich kann ja noch einladen. Die Spieler stellen Neuigkeiten, Teamfarben, du. Ja, so richtig verbessert. Du kannst ja, glaube ich, auch keine doppelten Gegenstände irgendwie. Ah, hier, den Club einladen, doch. Ah! 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 Club-Glied! Ah! Rundschaffung! Dubel! 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 Er ist ein Dubel und er... Siehst du jetzt auch dieses gelbe als Hintergrund? Oder? Ähm, bei meinen... Steht da auch Dubel, Dubel bei dir? Ja, ja. Auch so ein gelber Hintergrund oder ist das bei dir ganz normal? Ich habe einen anderen Hintergrund mittlerweile. Banner wählen kann man ja aussuchen. Es gibt so verschiedene. Ja. Aber Spielmodus ist Eiszeit, oder? Blech, Fußball, Körper, Eiszeit muss das sein. Einstellung... Weil da habe ich nämlich auch eine Suchfunktion. Vielleicht ist da sogar... Da gibt es sogar vier versus vier. Club-Match. Okay. Obwohl das Spiel mal gegen... Ach! Ja, da müsste man wahrscheinlich hier heute auch zu dritt oder zu viert online sein. Mhm. Es sei denn auch zwei gegen zwei, wenn das geht. Ja, würde auch gehen. Gucken. Frage ist, ob Pan halt welche findet. Na, guck mal. Aber... Ich fühl mich gut aus. Ich beschwinde das. Blau? Orange? Böööööööööööööööööööúööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö gdziekommert. Computer, okay. Ich wusste ja nicht, dass wir... Oder ist das jetzt halt... Scheint durch diese... Clan zu sein. So. Da konnte ich zumindest Bot-Schwierigkeit... doch einen auswählen. Okay. Keine Bots. Vielleicht hätte ich mal keine Bots. Ich dachte, wenn einer rausgeht, dass man dann mit Bots weitermacht. Ich hab ein Tor gemacht. Boah, mein Ping ist 204. Deiner 188, alter. Was für ein Server sind wir gerade in Nampukistan. Grüße an Fuchsi. Ich nehm doch auf, Mensch. So. Hab ich. Nimmst den echt auf? Ja. Okay. Kann doch was sagen. Ja, schieß ich gleich Tor. Weiß ich dann auch nicht, ob ich's auflade. Die erste Runde war ja nicht gerade verhältensweise. Ja. Ach so, die hattest du auch schon hochgeladen? Aufgelogen? Ja. Na schau. Gleich ein Tor. Es ist auch keine KI. Also das sind jetzt hier voll die Oberpros gegen die wir spielen. Wir sind voll die geilen Macker. Macarena. Warte. Das ist nur ein Marc. Oh nein. Oh nein. Aua. Ah da hilft mir. Er hilft mir. Ja, davor geht's. Boah, schön, wie er das Ganze alleine macht. Hey, mach doch jeder. Alright. Und irgendwo, oder? Ja, aber sehr schön. Ich bleib mal hinten. Damit die Gegner eine Chance haben, ich bleib mal hinten. Mal gucken, ob ich meine den befürchteten Schüsse noch hinbekommen. Oh Gott! Er sieht gut aus. Die Trübelschaden. In der Hose. Ja, sehr schön, Clownie. Hier fliegen gleich die Clowns aus dem Teller. Oh! Scheiße! Stimmt, das waren doch die ersten Folgen generell, wa? Die wir auch aufgenommen haben, wo wir die KI gespielt haben. Hm, ja. Schon lang hier. Wo wir uns die geilsten Ficker gefühlt haben. Das erste Mal online. Ui. Na ja, damals ging es noch, das Online-Spiel. Das war wirklich teilweise zu der Bergen, aber mittlerweile, ey. Wie die alle rumfliegen, ist echt pestwollenartig. Ja, danke! Schönes Eigentor. Wir haben nicht die Dinger bezahlt. Möchte ich noch mal dazu sagen. Was ist das so? Nur in Naturalien. Es hat ihm gefallen. Mein Gott, laber ich wieder einen Dünnschiss. Oh, Dünnschiss! Hui! Nein! Dann bist ja jemand der Dünnschississ. Scheisse! Näh! Jaa schön! 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 Jaaaaa! Sah leckerhaft aus aber... Er macht euch! Er macht uns. Weltschassi! Schöne Kombination. Colorboy! Warum funktionieren die Echesse nicht? Achtung, Arsch! Selber Arsch! Selber fetter Arsch! Oh, wir sind echt da durchtankt! Ah, nur 10 Punkts Unterschied? Ja, weil du dir gerade geklaut hast! Bäm! Irgendwo hinter mir einschlagen! Oh, der war schön! Der war schön! Und? Ja, hier, geht doch mal ein Levelpitch! Wo war das 10 Punkten? Sind's halt 50, und? Ah! Was ist denn das für ein Gelänge? Alter, Falter, ey! Oh! Meine Leitung scheint auf der Spitze zu sein! Hier! Ah ja, kommt der Zucker von links! Uuuu! Ah! Oh! Ah! Warte! Warte! Jetzt! Jetzt! Aaaaaah Hier, wie ich ihn nochmal kriege und dir vorlege! Hier der Strafraum stirbt man! Er macht einfach nur einen mit seinem Hut! Einfach rechts da rein rumbeln! Ja, wir frubbeln uns halt ab auf KI, und? Au! Tumor Schuss! Was war denn das hier? Jetzt gib dir wenigstens Mühe hier... Oh scheiße, falsche Richter! Hier darfst du wieder haben! Alter, was wird das denn? Wenn man der KI mal ne Chance geben... Vorlage! Nicht die KI bumsen! Besser auf die KI zu bumsen! Und auf die KI zu misshandeln! Wir in Vorlage! Ja, da hast du doch! Ja, darfst du nochmal um, darfst du wieder um! Ja, mach ich doch! Da sind's nur noch... 7 Punkte Unterschied! Yes, yes, yes! Ja, 7 Punkte, das wird... Ah nehmt! Ja, da fährt er, da fährt er! Und... Jetzt wieder 17% Unterschied! Diese Unfähigkeiten! Diese Unfähigkeiten! Diese Unfähigkeiten! Ja, ich... Abzudretze mit Gleitschutz! Hier, Scheppard! Ach Scheppard, du kriegst das doch eh nicht hin! Ja, das hast du fast vergessen, Scheppard! Dann helfen wir dir halt! Nein, das müssen wir eben nachtragen! Hey, geht ja doch noch! Vorlage! Vorlage! Ausgut wiederhaben! Aaaaah! Hohohoho! Vorlage! Jaaaah! Jetzt hast du dich überholt, oder? Ja! Wird er denn doch nicht geben sollen! Pfff! Pfff! Uuuuuh! Party Löwe 1 von 10! Errungenschaften! Zusammen sind wir stark! Siehste? Gleich mal Errungenschaften schon wieder! So muss das sein! So... Warte mal... Einstellungen... Und dann... Hä? Äh... Äh... Okay, warte... Gehen wir... Machen wir ins Hauptmenü? Okay! Ja, ihr Leute, hier seht ihr zuerst... Das Hauptmenü! Kmeckt besonders gut! Klub verwalten! So... Und hier jetzt... Ja... Das Spiel erstellen! Äh... Bots! So steht's! Bots! Keine Bots! Zwei gegen zwei! Das heißt glaube ich aber... Also so wie ich es richtig lese... Privates Spiel kannst du ja nur erstellen! Das heißt, du kannst nur mit anderen Klubmitgliedern spielen! Also... Mhm... Das heißt... Wir spielen jetzt glaube ich ein Eins gegen Eins! Dass kein... Zwei gegen Zwei! Wenn das möglich ist! Und kein... Das wären wir uns gleich anschauen, oder? Mh... Blau? Äh... Ja! Ja... Keine... Gegner! What? Äh... Ja... Okay... Das ist also wirklich nur darauf aus, dass du halt gegen Bots spielst... Mit deinem... Klub... Ist ja schwul... Ne... Mein klar! Nein! Eintor! Nein! Wo ist der denn Eintor schießen? Ne... 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 Das wird das spannendste Match... Zwe gegen Null und immer noch 19... Ne... Wollen wir neu suchen, oder? Wird mal sagen... Ja... Sollen wir das hier schnell wuppen? Haha... Ansonsten... Ist das zwar ne lustige Aufnahme? Wer kriegt mehr Tor, ey? Äh! War uns wirklich selber noch zu Ende? Nein! Toll! Super! Borsche! Kann er sie eintoren? Echh! Hahahaha... Hahahaha... Echhh... Ich hab's kaum wissen... Ich hab ihn! Ich auch! Pff! Oh! Oh Gott! Schön! Jetzt wär du wohl ein Gedanke... Freunde... Echhh... Ich hab... Dich versucht hab zu überholen... HNÄ! Da ist Double Perium schlägt zurück. Okay, der gehört dir vielleicht. Ja, von der Seite ist es schwer reinzumachen. Oh, genau. Oh, Subide, hier meiner. Na, wo schießt denn, hä? Mann, 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 da. Versteh ich nicht. Ah, hier Vorlage, hallo. Oh, fuck! Ah, die muss man ja zwar nicht machen. Ja, die war wieder, oder? Na, Achtung, ja, okay, dann komm, tschö. Ich mach's lieber. Ich bin doch alleine mit dir. Ja, guck, guck, guck. Ja, ich will auch gar nicht mit dir, ey, das ist... Ja, ich will auch gar nicht mit dir. Ich kann ganz alleine. Na, na. Pfff. Ups. Upsi plupsi. Da kommt was von der Seite angerauscht. Oh, er ist so fähig, ey. Ach, Tjoko. Wie jetzt mal jeder eine Seite machen soll. Ja, gell. Na, gell. Ja, ne. Ich bin doch überall. Das gibt's immer gar nichts. Nie so, wie es gemacht wird. Ja, er begattet sich dann alleine. Ja, dann noch. Ja, vielleicht kann er jeder. Weg! Gönn mir doch mal ein Tor! Alter, der Punkt-Stand ist schon mal gut! Süseiker, gönn mir doch mal ein Tor! Los, tu uns eigentlich! Dieser Gleitschuss, dieser Gleitschuss! Welcher Gleitschuss? Warte, ich wegfaueln! Wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Buh, ich hab gar... Er wegfinkt! Aufleck mich! Da hinten dödelt er rum! Wieder rum! Ja, jetzt krieg ich wieder von der Seite hier die Scheiße! Boah! Ja, fast! Hätte ich mal gesagt! Nein! Du Sack! Wer hat er gewesen, ey! Wenn du ihn auf den klaust! Den Clown klaust! Huah! Jetzt kommt er an! Warte mal! Hier hast du Ballkontakt, du! Oh klar! Hier vielleicht passt du ihn jetzt! Oh! Warte, warte, warte! Hübsch! 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 Boah, schön! Das war nice! Oh, stimmt! Hübsch! Gle! Wie geht's, wo du spurtst? Oh, ist ja so schwer von der Seite da noch ein Mal, ne! Hübsch! Huuuuaaa Aua Pfff, wir werden gleichzeitig schön wegdüschen Ja, spannendes Tool, spannendes Spiel Ja, als der Gegner ein Tor hat, ist das Beste daran Der nicht vorhandene Gegner Pfff Wo? Okay Ach Scheiße Okay Aua, sag doch an, dass du hinter mir lang kommst Ich hab doch keine Augen im Kopf Im Arsch Ja Das ist das Dritterarm Ich bin Tennisdopper Huuuuh Tommi Muster gegen Tommi Muster Huuuuh Huuuuh Hannui Wuuuuh 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 Ich hab Pfosten verendet. Alles gut, sorry. Werkt da? Deine Karo ist eindeutig fetter. Nee. Ich bin nicht fett, nur unvorteilhaft getroffen. Grüße. Ja, an wen denn? Sag ich dich. An alle unvorteilhaft getroffenen, sorry. Ja, ich fress jetzt erstmal die Schachtel Bounty auf. Inklusive Geburtstagskerzes. Scheiße. Oh mein, Feierabend. Oh mein, Clown ist gut drauf. Unser Clown des Vertrauens. Hier darfst du wieder. Nee. Komm du Schocker. Schade, dass man das nicht auch mal sieht. Hüpf drüber. Oh mein. Lustig. Erster Beikontakt. Geh rein, Gabu. Wo ist er denn? Geh raus, Gabu. Weint den ganz allein. Ganz alleine. Wie er lauert auf der Seite. Jetzt, jetzt. Jetzt, ja. Ein Schniedel. Jetzt, ja. Warte, kann ich das auch, als ich dann vorbeifliegen? Nö, nö. Ist ja gar nicht abgesprungen. Oh, ne. 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 Tschau, Diego. Ich hab das Haftschubst. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Sieht man bestimmt nicht mehr, ne. Scheiße. Diese schöne Foulspiel gleich. Am Anschlusspunkt. He fouled me so hard. Warte. Oh, ja. Oh, oh, oh. Da haste. Hättest du dann abfälschen können. Hättest du dann abfälschen können. Hättest du dann doch. Mit dem Fuß abfälschen können. Ah, wir verreißen. Ah, du weißt auch meine. Ich hab mich nicht gestanden. Ja, das ist ein riesiges Spiel. Oh, wurscht. Ah. Na ja. Ah. Na ja, wird auch nicht viel besser. Den musst du im Sprung machen. Ah. Party-Time 2 von 10. Party-Würger. Ja. Wisst ihr, was wir die nächste Anfrage machen? Echt? Das, finde ich, war schon mal eine richtig geile Folge. Vielen Dank mal vielen Dank an Valvo. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und dann bis zum sechsten Mal. Mit unserer Dubeltrubel-Retterkönse. Bis zum nächsten Mal.